Hallo, wer ist da? Hörst du mich? Kannst du mich hören? YouTube Games Cop, du bist negativ. Was? Bin ich negativ? Ja, du bist negativ. Ja. Ja, das kommt vom Campen. Das kommt vom Campen, echt? Ja. Erzähl mal weiter, ich hör dir zu. Und meine Abonnenten hören dir auch zu. Sprich doch einfach ins Headset. Aber du bist leider schon tot. Ups, wie konnte das passieren? Was bin ich negativ? Ist jemand deutsch? Warum bin ich negativ? Ich bin nicht negativ. Bist du negativ? Ja, 1 vor 4. Du bist 1 vor 4 bist du. Du bist negativ. Nein. Also ich geh in 10 Sekunden raus. Hallo. 10. 9. 8. 7. Warum campst du? Nein, ich will das jetzt klären. Warum magst du Kamel-Eis? Warum? Wolltest du es auf Afghanistan? Ja, du bist die Campen. Warum, Cookie 98? Was denn? Bin ich negativ? Nein. Du bist negativ. Nein. Ich nicht. Ich bin positiv. Ja. Hältest du mir gerne, wa? Warst du schonmal auf YouTube? Ja. Ja. Gut. Jetzt bist du es nochmal. Ei! Ha! Aber ich weiß nicht, ob du positiv dann bist auf YouTube. Wir haben die Bombe verloren. Hey! Der Bratkartoff. Nummer 2. Hörst du mich? Ja. Ich kann mich hören. Ja. Warum campst du? Wo bist du denn eigentlich? Hier bin ich. Na oben. Hallo? Was ist dein Name? Mein Name? Hallo! Hallo! Mein Name? Weiß ich nicht. Hab ich vergessen. Wie ist dein Name? Hey, machst du YouTube? Ja, ich mach grad ein Video. Hallo! Hallo! Hörst du mich? Hallo! Hörst du mich? Hallo! Ich hör dich nicht. Ja, das ist schön für dich. Ja, das finde ich auch schön. Hallo! Hörst du mich? Hallo! Hallo! Hörst du mich? Also, ich hör hier keinen. Komisch. Warum hör ich hier keinen? Hört ihr jemand? Also, liebe Abos. Ich denke mal, das Video ist beendet. Ich hör hier nichts mehr an der Leitung. Am besten gehen wir raus. Ich sag mal tschau. Bis zum nächsten Mal. See you later, alle Kinder. Bis dann.